ARD Text im Auftrag von Funk Erste Runde, ne? Alter Oh, das war ein bisschen zu groß, egal Ähm Verdammt Ja, ich hab euch alle draufgebracht, ihr Idioten Einmal, und dann Alter, was? Arnold Ist doch klar, ich kann mal mit dem Hosen das Wort kommen Äh Ja Was? Oh, what the hell Ja, ja Das Ganze passt nicht, Arnold Warum ist das eigentlich braun? Das ist rot Ja, oh, wie blöd Ich hab's gewusst, ich hab's genau gewusst Sollte eigentlich rot sein, ich hab das dunkel Oh man, ja Okay, ja Okay, ich geb's auf, ich weiß nicht Ich hab alles, was Aber es ist echt blöd, wohl, ganz ehrlich Auto Ja, Auto Ja, Auto Das Ding ist Feuerwehrwagen Naja Ist echt dumm So, also jetzt keine, keine Vierecke mehr Bunte Butt Nee, mach mal nicht Keine Vierecke mehr Was ist, wenn man Viereck zieht, dann wird's schwierig, ne? Das ist Pech Ja Mach dann halt immer ein bisschen Ein bisschen Wellen liegen oder sowas Okay Bam Das hatten wir schon mal Hä, aber warum komm ich da nicht mehr drauf? Ähm Was ist da los? Fuck, so schreibt man das gar nicht Die Peparoni Na, so schreibt man das wirklich nicht Ja, ich hab mich vertippt Verdammt Nein, verdammt Auch nicht so Ja, Pepper Die Peparoni Die Peparoni Die Peparoni Ich komm, ne mal einer Und setz eine drauf Oh Ist immer schön, wenn's noch einen Dümmering gibt, ne? Ja, Rechtschreibung ist nicht so meins Äh Oh Ich hab mich leider ein bisschen Ja, Pepa Aber ich muss schon Pepa Pepa Das ist auch dumm Pepa, man Ja Aber Pepa Rocktalli Geine Dreiecke Vierecke Was ist das denn? Ist der Jetzt ist die Frage, kann ich da Ha, perfekt Wie einfach so eine Welle reinmacht, um halt Vierecke malen zu müssen Geil Was hast du denn? Komm, please Easy Ach, ja Ja, aber Hm Hauptsache vor Simon Ich mach dich hier auf den Fersen, aber ja Nein, da wollte ich auch raten, deswegen Ach so, ja Äh, was ist das? Ja Ah, fuck Was ist das? Ist das ein Pimmel? Ich kriege ihn aber an Obwohl, stopp Ah, fuck Das ist, glaub ich, eher Ja Nicht genau so Ja, doch, es geht auch Es geht anscheinend Es geht anscheinend Ein Pfeil wäre vielleicht ganz hilfreich gewesen, was du meinst Könnt ihr immer noch machen? Ja Das hätte ich früher gebraucht Hauptsache für Arnold Hauptsache für Arnold Hauptsache mehr Punkte als die Alter, wie lange Boah, übel Kann ich mich wieder schön verschreiben Boah, das kann jetzt nur hässlich werden Fuck What? Alter Ja, der Platz reicht jetzt nicht ganz, aber Was schon Äh, fuck wie Das sieht strange aus Ich darf keine Vierecke malen, ne? Ja Dann wird's halt Kein Viereck Äh Gut Äh Boah, scheiße Das sieht echt beschissen aus Ja, keine Ahnung, wie ich das malen soll Scheiße, Mann Ich hab keine Ahnung, Mann Ich hab nicht Ach, das ist ganz Was? Halt Halt Ah Gut gezeichnet Ja, die Farbe ist halt Ja, das hat doch ein bisschen was anderes in der Hand, aber ja Verdammt, nein Ja, ich weiß, was da normalerweise in der Hand ist, aber ich darf ja keine Vierecke malen Danke, Farbe Oh, wir wollen jetzt sagen, Anno, du hast halt noch Hand aufs Herz, du hast es nur gewusst, weil vor allem halt nicht Vierecke sich verschieben hat Ja, natürlich, als ob ich so gemerkt hätte Ah, der Mann geht voll ab, hat 400 Punkte Vorsprung Das ist voll schnell Das ist das Falsche gewesen Ja, nee, wenn man zu lange braucht, dann wählt es irgendwas aus Du darfst kein Rechteck malen, Martin Äh, Arnold Ich bin einfach runde Ecken Alles klar, iPhone Oh, naja, fuck, verschrieben Ja Was machen wir da? What the hell Was das? Oh, nee What? Moment, Moment Ja, das X bringt mich jetzt auch gerade voll aus der Fassung Moment Das ist nicht so geil Hey, bist du richtig? Ah, wie, 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 wie Das ist geil, das ist sogar passend, ey Fuck, man, die ist jetzt nicht Lexicon Ah, ja, fuck, Alter Du weißt aber, dass das Fragezeichen eigentlich andersrum geht Ja, das hab ich dann auch gemerkt Deswegen hab ich dann gesagt Oh, fuck, das war falsch Also, das hätte euch auch nicht geholfen Doch Echt? Ja, klar Oh, scheiße Lexicon, hab's doch gewusst Lexicon Ähm Oh, Mann, ey, ganz knapp Ganz knapp, Mann, ey Ja, genau Alle dicken sie da, gell Ja, aber zu langsam heute Ja, Arnold Ja Fuck Hauptsache Arnold schon wird Hauptsache mehr Punkte als Arnold Kann ich auch nur sagen Blöder Sack Schon, ja Oh, halt, schwarz Ein Sattel Ja, das wär geil gewesen, wenn's das wär Yes Einfach zu langsam heute Das gibt's nicht Ah Ah Hauptsache vor Simon Ah, du bist ein Assi Aber auf dem Platz genutzt, scheiße Oh, da packt er eine großen Geschütze aus Wie, das ist so ein langes Ding What the? Auch nicht Oh Oh Das soll ich auch gerade schreiben, sind immer eine Scheiße Auch nicht Das hat so einen bestimmten Namen Fuck it Ja 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 Speziellen Namen Fuck Boah, Mann Wie heißt denn das Hm Boah, ich hab keine Ahnung, wie das Ding heißt gerade Ich weiß auch nicht, wie das heißt Ich komm auch nicht mehr drauf Also ich kenn's normalerweise unter was anderem Also Simon, dein erstes Wort hätte ich Ah ja, Mati hat's auch schon geschrieben Oh, die Kerzenleuchtung Leucht, das ist doch der von der Decke eigentlich, oder? Ja, die Kerzenständer ist, wär's schon, ja Ständer? Hm Hauptsache vor Arnold Hauptsache vor Ja, ich denk schon, dass das von der Decke eigentlich Das ist jeder, außer Mathieu Hm Welche Art von Schimmel ist es? What the? Das ist viel zu kurz Na, Rainer, kurz Oh, doch Ähm Ja, klar Pff Okay Okay Ja, das reicht, das passt von der Zeit Äh, von der Ach, halt doch das im Maul, Alter Fahrer, war's tatsächlich Edward, Fahrer Alle Kombinationen Arnold, er hat das A bei dir War das, stand bei dir da nicht? Irgendwie close oder sowas? Nein, ich müsste Ah, fuck, ja Hm Ah, tut du Ich dachte, ich hätte es reingesetzt Oh, scheiße Und ich schreib's auch noch von ihm falsch ab, ey, mit Brett Ich Idiot Kann nicht, wahr? Weißt du, da bin ich schon die ganze Zeit zu langsam Und dann hab ich mal so, hab ich ein Wort Und dann, Alter, jetzt auch keiner Also krieg ich auch wieder keine Punkte Ist das ein Viereck? Ist das ein Viereck? Das ist schon nah am Viereck dran Das ist schon ziemlich nah am Viereck dran Ich seh da rechts in der Ecke Ah, das ist disqualifiziert Ja, okay Er kann nicht mehr gewinnen Ja, wenn er disqualifiziert ist, dann dürfen wir jetzt einfach nichts eingeben Dann kriegt ja keiner Punkte Passiert sowieso Äh, ja Ach so Ja Ja, super Easy Jetzt Hauptsache, Frau Arnold Hauptsache, Fabian hat's nicht ertraten, Mann Ja, Mann Ich mal für dich immer gut, ey, du für mich nie Ich mal für dich auch immer gut Hm, ein Nicht drauf Was für Buchstaben stehen denn schon da bei euch? Elf Ja, es ist ein Handrechner Also, Fabian Ne, Klapprechner, wie heißt das? Ein Laptop, Alter Ich hab's mir gesagt, als eine, eins, eine Struktur Ja, gut, okay Hätte man können drauf kommen Ja, manche sind es sogar Nein, was mach ich? Weiß nicht, was machst du? Ja, shit, ich darf ja keine Vierecke benutzen Oh Alles klar, Viereck Oh, shit Fünf Ecke sind auch verboten Ja, war jetzt einfach das Ding rund um zu Ende Das ist alles großer Quatsch Das ist richtig großer Quatsch Was war das, bitte? Ich kann das nicht malen ohne Vierecke Ja, dann mach jetzt Vierecke, komm Das ist eh nicht so lustig mit dem ohne Vierecke Wie heißt das? Ähm Okay, das kann nicht sein Äh Jungs, kommt jetzt Ihr wisst ja, was gemeint ist Ihr wisst nur das Wort nicht Ja Ja, Mann Das ist das Problem, Mann Ach, Alter Ah Ah, was war für ein Tipp? Das V vorne Das V, okay Das V, ja Das V hat's geredet Veranda Veranda, denn sie Pascht Veranda, denn sie will, ja Veranda Ja, gute Frage Ja, gute Frage So ein Haus ohne Vierecke mal Das ist total blöd Hättest du eine Hobbit-Höhle gemalt Äh Äh Ah Fuck Ah, gut Jetzt muss ich gerade das Fenster aufmachen So ein Quatsch Ah, Hauptsache Simon Ja Ja, 30 Punkte Shit Ah, Arnold Kake Okay Versuchen wir's Dit, 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 dit Fürchterlich, Fabi Fürchterlich Was ist das? Ein Ei? Alter, was Alter, das ist ein verschimmelter Pimmel-Ei Was the fuck, Fabi Was malst du da? Ah, Martin hatte dieselbe Idee Aber das ist es nicht Fuck, ich hab mich vertippt Das ist ein Ärger nicht, Mann Ja Sehr gut Fabi, Fabi Aber okay Man kennt's, oder? Ja, schon Das ist eine Scheiße Ist das Oh Äh Boah, wie male ich denn den? Kack Boah, alle gleich mal beholt Keine Ahnung, Alter Wie male ich denn den? Ähm Ja, eigentlich so Aber der hat da hinten noch was Der hat, glaub ich, so ne Was? Ist das der Punching-Wahl, oder wie? Der holt grad richtig aus Ja, ja Der hat das Die Wahl Wahl Die Wahl Was ist das? Ja, der hat es doch so Und dann da ist er so, glaub ich Und, äh Da machen wir da jetzt Aber da ist die Verbindung nicht gestimmt Nein, Alter Ah, du So, irgendwie Mhh Aber mit C schreibt man den, Alter Und ich schreib ihn mit K und Abs Ist auch Free Willy Hat er doch so ne krumme Flosse, ey Die Free Willy geguckt, die Assis Doch Ähm Dachte, wenn ich ein normales Ding mach, dann kommt keine Sau drauf Ist doch eigentlich der Killerwahl, oder? Ja, nennt man auch Killerwahl Aber Orca ist schon der richtige Name Bis ich hätte den Daumen runter, Mann Einfach aus Prinzip, verstehst du? Ja Jetzt kommt weder so Apfelbaum oder so ein Scheiß Fußbaum Jo, nicht so groß Ast Ja, Ast Ja, ja Da wird so langsam heute 365 Punkte dafür, sehr gut Boah Oh, er holt auf Langsam heute So ein langes Wort, Alter Was habt ihr Da tippe ich mich doch nur Äh Ja, Mann, ohne Witz Ach Ich muss immer zweimal auf die Scheißfarben klicken Schnodder Ein dicker Sack, Alter Das ist schon eine Nase und das ist der Schnodder, der rauskommt, ey Klar Fetter, Pilz Achso, ja Ey, ich hab gar keinen Hinweis Was soll das sein? Der Blob oder was? Der Blob Ey, fuck, falsch Was ist das? Das ist teuer Äh What the fuck? Muss langsam aber zum Ende kommen Gibt's gar keine Punkte Ich hab keine Ahnung, Alter Und dieses eine G An fünfter Stelle Das hilft mir nicht weiter Ah, ist doch ein B Wow Jungs, das ist überhaupt nicht schwer Was ist das? Ja, der hat keine Beine Ich wollte schon sagen Es ändert alles Okay Es ändert alles Boah, Jungs Ernsthaft Wow Alter, ich dachte Das ist irgendwie so Wow Das soll eine Frage sein da hinten Wow Ich dachte Das ist irgendwie Koch Oder Bäcker Und das wurde ja Da hinten gestellt Ja, aber das passt ja alles Nicht zu den Buchstaben Ja, das ist korrekt Ja, ja Ich bin noch hier Genau An und an Diese Idee Easy Ach Wieso vertippe ich mich Die ganze Zeit, Mann Ich hasse mich Ich weiß, heute bin ich nicht Tipp, tipp, gut Du weißt, dass vielleicht Instant kommt Fabian kommt im Instant Das stimmt, vielleicht nein Instant Alles klar Fuck Was soll denn das für ein Wort sein Ich Na ja, eben Meditieren passt nicht Gar nicht rein, Mann Yoga passt genauso Fing nicht Ach, shit Ach, du musst eine Brille haben Ja, das ist klar Alter Fabi, ey Ganz ehrlich Was denn? Alter, nein Das ist doch so dumm Deine sechs Striche Hab mich drauf gebracht Ich hab's gedacht, dass ich das noch mache Ey Mein Bauch tut weh Oh, geil Keine Ahnung Oh, boah Oh, boah Oh, boah Diese Striche Ja Ein dünner Typ Hauptsache von Simon Da jetzt Vierecke mittlerweile wieder erlaubt sind Gefällt mir jetzt So kann ich das hier Ah, naja gut Egal Wieder so ein Swimmingpool gedönstens, ey Nein, nein, nein Mach mal die Verbindung hier Dann mach ich das wieder hier So Nein Halt So Ähm Moment Moment Ich muss mich jetzt beeilen Vielleicht möchte ich das noch zur Hilfe So Und jetzt Äh So Die Aber das geht so einfacher Achso, okay Dann Ja Oh Na komm, da muss man auch hier sowas dazu Oh, what the hell, Arnold Wirklich Oh, meine Güte Äh, ja Das macht jetzt bestimmt wieder 100 Punkte aus Keine Ahnung Leute Hallo Fabi, wie schreibst du bitte Charlousie? Ah Ich hab keine Ahnung Ah, gescheuert Oh, geil Oh, Fabi, man Ich danke dir, Fabi Dank dir Bitteschön Ich Voller mit zwei Mit drei L, man Ah, schau, verdammt Oh, geil Das war ja Das war ja Ich hab' aber wie gesagt Fast 100 Punkte ausgemacht, ne? Gelbe Menschen Irrigieren mich Wie zu viel Zeit verschwenden Nee, mach mal nicht, bitte Oh, fuck, Alter Das ist zu gut Ist das absichtlich gelb? Nee Das ist egal, ob es gelb ist Arnold mag einfach Farben Ja, aber ich bin hier keine Gefahr für keinen Das ist ja gut Trotzdem, da hätte ich mich ein bisschen absetzen können Ja, das stimmt wohl Ich hätte es ja eher grün gemacht, nicht rot Aber Egal Ich geb' wahrscheinlich einen Tipp Und alle wissen es jetzt auf einmal Äh, ja Da ist tatsächlich was dran, ja Soll's eigentlich für mich behalten Bis es genau weiß Ja, manchmal ist es so, ja Aber Manchmal halt auch nicht Kannst du ja jetzt das für dich behalten Bis es alles Nur noch eine Sekunde, okay Machen wir mal den Strich Strich Aha, ich muss noch den Scheiß doppelklicken Fuck Ah Arnold weiß es natürlich, ja Ja Arnold weiß es natürlich Hä? Arnold macht es halt einfach gern Geil, ich geb die ganze Zeit was ein Aber ich komm nicht Wir verbinden ihre Nabelschnüre miteinander Ja, ich find's gut Fuck, find's gut gezeichnet Geil, Alter Ah, fuck the money, ey Oh, das wird's bei euch ja nochmal eng Oh Ich mach mal Das wird nicht so easy Aber ey Schnecke What the fuck Aber dein Arme Der hat ja kurze Beine, Alter Der auch Ähm Okay, wir haben's verstanden Dass die ähnlich aussehen Ja Really? Wichtigste wurde schon gesagt Habe ich so's Gefühl Hä? Nein, schade Partner Look Aber bei Partner Look Hätte ich eher vielleicht sogar ein Männlein, Weiblein genommen Und dann das gleiche angezogen Das eine ist ein Weiblein Weil das eine ist Achso Weil das nicht so auf oben geht Okay, alles klar Mein Fehler Scheiße Ja, ich bin auch da, Mann Lass mich in Ruhe Gefällt mir nicht Ah, ich weiß es Easy going Nein, ich vertipp mich schon wieder Fuck you Oh, das ist es auch gar nicht Oh, ähm Wie heißt das? Ähm Nein, ja Nein Ja Bam Wusch Kabum What? Fuck Ja Aber immer noch nach Oh, Arno Das wird eng Das macht jetzt ein bisschen blöd Ich weiß nicht, wie das Ja, an deinem Besten Ja Ja Ah Das macht nicht so viel aus Gott sei Dank Oh, letzter Tipp, ne? Ja Oh, fuck Was ist denn da? Was schweres? Was einfaches oder milleres? Was ganz schweres Okay Was ganz schweres Dass dann Breit wie schön erster bleibt Dass es keiner löst Hey Achso Boah, ich habe keine Ahnung Was für eine Form das hat Aber What? Ach, ich kann ja Die Dicken nehmen hier Ja Mach halt's Maul mal denn Bäm Hat das echt gelöst Hat auch nicht Haben wir mal hier noch so ein Ja, genau Sich grad Also es geht um das hier Ja Trotzdem male ich jetzt noch paar Solche Dinger hier hin DG Madden Keine Ahnung Ob ich jetzt irgendwie besser hätte malen können Aber Ja, war ganz okay Einer hat's hingekriegt Sie haben Nein Ja, gut, okay GG Madden Ja, Glückwunsch dann Malin hat gewonnen Hatte nicht so viele Punkte Wie in der letzten Folge Die ersten beiden Also praktisch ist er dritter geworden Boah Aber trotzdem Glückwunsch Zum ersten dritten Platz Gewonnen ist gewonnen Die letzten werden die ersten sein Und wie heißt's doch so gut Ein gutes Pferd springt nur so hoch Wie's muss, ne Das ist richtig, ja Am Schluss, als es nochmal drauf ankam Hab ich einfach nochmal schnell rausgehauen, Simon Also Da hast du gezeigt, was ein gutes Pferd du einfach bist Genau Da hat sich aber halt gezeigt, wer gern Meeresfrüchte isst Da war denen ist halt die beste Stute im Stall Genau Look at my horse Look at my horse Ja, ich bin noch da Aber ich verschwinde jetzt Danke fürs Zuschauen Tschüss Leute Tschüss 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 Tschüss